Möglichkeit für Dadaschow, Rufat Dadaschow, das ist ein sicherer Mann und er trifft. Keine Möglichkeit für Leipzigs Torhüter da einzugreifen. Der Mann aus Aserbaidschan sorgt für den Ausgleich. 1 zu 1 und das haben sie sich verdient, die ZFC-Kicker. Und so jubelt er. Und dann schauen wir mal auf Heiko Weber. Ja, das sind natürlich auch einige Gesteinsbrocken, die da von seinen Schultern fallen. Und das ist dann der Endstand. Meuselwitz holt einen Punkt.